Salzburg verpasst die Sensation, PSG besiegt Basakse Istanbul nach dem Rassismus-Skandal und Rapid und WRC spielen heute um den Aufstieg in der Europa League. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE-AT-Sportstudio. Salzburg verpasst wie auch vergangenes Jahr am letzten Spieltag den Aufstieg ins Achtelfinale. Im Spiel gegen Atletico Madrid scheitern die Bullen an der Mauer der Madrilenen. Schon in der zweiten Minute hätten die Mozartstädter mit 1 zu 0 in Führung gehen können. Diese Riesenchance verpasst Merkin Berescher mit einem Stangenschuss. In der 39. Minute machen die Gäste dann das erste Tor. Mario Hermoso köpfelt nach dem Freistoß von Yannick Carrasco ins Tor. Nach der Pause vergibt dann noch Dominik Soboslay eine Riesenchance in der 49. Minute. Für den 0 zu 2 Endstand sorgt Yannick Carrasco in der 86. Minute. Mit diesem Ergebnis müssen sich die Salzburger trotz guter Leistung gegen die momentan beste Mannschaft Spaniens geschlagen geben. Trainer Jesse Marsch meint im Interview nach dem Spiel, die Leistung war sehr gut, aber nicht gut genug. Als Drittplatzierte in der Gruppe A steigen die Bullen nach der Winterpause in der Europa League um. Der Gegner im 16. Finale wird am Montag in Nyon ausgelost. Dass die Bullen mit dem dritten Platz bei dieser Auslosung dabei sind, verdanken sie Bayern München. Der deutsche Rekordmeister schlägt ohne David Alaba Lock Moskau souverän mit 2 zu 0. Dadurch bleiben die Russen in der Tabelle einen Punkt hinter Salzburg. In der Gruppe B war vor dem gestrigen Spieltag noch alles offen. Real Madrid besiegt Borussia München Gladbach mit 2 zu 0. Durch diesen Sieg steigen die Königlichen als Gruppensieger auf. Trotz der Niederlage holen sich die Deutschen mit Stefan Leimer und Hannes Wolf als zweite Mannschaft ein Achtelfinalticket. Das Team von Marco Rose profitiert vom 0 zu 0 zwischen Inter Mailand und Schachtja Donetsk. Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Baxaxi Istanbul ist gestern nach dem Rassismus-Skandal am Dienstag fertig gespielt worden. Dabei besiegen die Franzosen die Türken klar mit 5 zu 1. Mit diesem Ergebnis schicken sie Manchester United in die Europa League. Für die Tore sorgen die zwei Superstars Neymar und Mbappé. Der Brasilianer erzielt dabei drei Tore, der Franzose einen Doppelpack. Für das Europa League 16. Finale wollen sich heute Rapid und der WRC qualifizieren. Die Hütteldorfer treffen um 18.55 Uhr im Allianzstadion auf Molde. Im direkten Duell um Platz 2 benötigen die Grün-Weißen einen 1 zu 0 Sieg. Auch jeder weitere Sieg mit zwei Toren Unterschied würde einen Aufstieg für Rapid bedeuten. Dadurch würde der österreichische Rekordmeister das direkte Duell gegen die Norweger für sich entscheiden und auf Platz 2 die Gruppe abschließen. Das Überstehen der Gruppe wäre mit weiteren 1,57 Millionen Euro auch wirtschaftlich von Vorteil. Trainer Didi Kübauer meint dazu im Interview. Nachdem wir das erste Spiel in Norwegen 1 zu 0 verloren haben und dann auch unsere Aufgaben erfüllt haben und dadurch ist es morgen ein Finalspiel. Wir freuen uns drauf, wir wissen ganz genau, dass es ein enges Spiel werden wird. Wir brauchen da definitiv eine bessere Leistung, wie wir sie in Norwegen gebracht haben. Aber jeder Spieler will das erreichen, will überwinden und deshalb bin ich positiv. Aber nochmal, wir brauchen eine wirklich gute Leistung. Der WRC kann heute für eine Riesensensation sorgen. Die Wölfe empfangen um 21 Uhr in der Wörthersee Arena Feiernort Rotterdam. Bei diesem Spiel genügt den Kärntnern ein Unentschieden, um in die Europa League K.O.-Phase einzuziehen. Für den LASK ist der Traum vom 16. Finale schon geplatzt. Die Linzer spielen heute um 21 Uhr gegen Ludogorets Ratzgrat. Beim Spiel gegen die noch punktelosen Bulgaren können die Stahlstädter nur noch Punkte für die UEFA 5-Jahres-Wertung holen. Wie sich die drei Eurofighter schlagen, erfahren Sie heute im Live-Ticker auf krone.at. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen im krone.at.sportstudio.